eine neue woche und ein neues glück hier bei krolop gerst geht es weiter mit unserer luminar vier strecke und ganz klipp und klar hashtag transparenz gesagt wir werden hier unterstützt von luminar selbst um einfach ein paar funktionen von luminar vorzustellen ich habe mir jetzt hier meinen bildmaterial demo ordner geöffnet und heute soll es um das thema sonnenstrahlen gehen man sieht ja hier sonne ist ein wesentlicher faktor unserer fotografie sei es jetzt hier wirklich wenn die sonne scheint oder wenn es einfach nur hell ist die wenigsten fotos machen wir bei nacht sondern die meisten eben tagsüber und jetzt wissen wir natürlich was ist das schönste licht für uns fotografen richtig sonnenaufgang sonnenuntergang dann wenn nämlich die sonne nicht von oben kommt sondern leicht seitlich leicht schräg oder sogar in die kamera kommt und ich persönlich bin ja ein ultra großer fan von flares und gegenlicht effekten und ich finde gegenlicht hat einfach so eine ganz grandiose stimmung die seinesgleichen sucht so wir gehen also einfach mal zusammen in den ordner sun rays und ich mache mal die bilder hier so ein bisschen größer denn was man hier sieht das sieht ja erst mal ganz spannend aus aber alle diese sonnenstrahlen die sind nicht echt also anpassungen zurücksetzen und voila weg ist die sonne da ist die sonne weg ist die sonne wir machen das einfach jetzt zusammen ich gehe ins entwicklungstool und dort natürlich auch nicht beim kreativ beim wesentlichen sondern beim kreativen ich finde übrigens den kreativ regler oder diesen kreativ rubrik so diese kreativ rubrik so ein bisschen fragwürdig denn es ist so ein bisschen die schummel die schummel rubrik es sind zwar auch leuchten und 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 looks dabei aber gerade diese diese augmented reality sachen oder dieses sky replacement tool genauso wie die sonnenstrahlen die sind schon so ein bisschen schummelnd also erstmal fangen wir an sonnenzentrum platzieren dann öffnet sich hier so ein kleiner dot den schiebe ich dort rein wo die sonne sein soll tipp von mir immer dort nehmen wo auch wirklich die helligkeits dominanz des bildes her geht das was ich jetzt mache das geht auch nicht bei jedem bild sondern braucht tendenziell die gewisse grundlicht stimmung das von dort auch wo man die sonne hinsetzt eine möglichst ähnliche lichtstimmung kommt bedeutet nur weil dort eine lichtquelle ist kann ich nicht automatisch dort liegt also flares reinsetzen sonnenstrahlen es muss schon auch eine gewisse ja eine gewisse es muss eine gewisse echtheit vorhanden sein die stärke fährt dann diese strahlen hoch und ich finde schon alleine das ist jetzt schon so ein so ein ergebnis wo ich sagen würde okay können wir lassen wir gehen einfach zum nächsten bild und dort denke ich wird sich mehr zeigen warum man irgendwelche anderen regler braucht ich platziere wieder mein sonnenlicht jetzt habe ich schon mehr probleme weil die sonne war schon untergegangen und ich habe schon so ein so ein so ein so ein ja ich muss mir irgendwie überlegen wo ich sie hinsetzen ich denke es macht am meisten sind sie so genau einen horizont zu setzen so dass da vielleicht irgendwie noch so letzter sonnenstrahl drüber kommen könnte der zwar nicht diese häuser trifft aber mich mit meiner kamera ja klar ich fahr die lichtintensität langsam hoch schön und auch hier sieht man wieder er verblendet zum beispiel im weißen also im hellen die sonnenstrahlen mehr als im unteren bereich also man sieht es hier ja nach außen der linke strahl der wird schon relativ stark verblendet jetzt ist folgendermaßen jetzt kann ich den sonnenradius also innen drin das was hier leuchtet kann ich verändern in dem fall will ich so einen mittleren weil ich will jetzt nicht so groß haben dann den sonnenleuchtradius den kann ich sozusagen also im endeffekt gibt es die strahlen und das flaring um die sonne herum und das ist der sonnenleuchtradius das wäre dieses 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 milchig werden um die sonne herum ich würde auch immer relativ großen betrag nehmen und jetzt eben hier die sonnenlichtmenge das ist das was jetzt hier wirklich dieses milchige um die mitte herum produziert jetzt kann ich die mitte also die sonne selbst färben das ist eine sache die lasse ich immer auf null weil wenn also wenn die lichtquelle diesen regler verstehe ich auch ehrlich gesagt nicht also ich verstehe ihn aber er macht keinen sinn wenn eine lichtquelle so stark brennt dass sie auf einer optik strahlen erzeugt dann hat sie keine farbe mehr also das kann man mal gerne ausprobieren man nimmt einfach ein rotes licht und belichtetes zähnenblenden über dann ist nichts mehr von dem roten licht da jedenfalls nicht in der lichtquelle weil es überbrennt und dann verliert jedes alles was überbrennt überbelichtet wird verliert ihre färbung und deswegen würde ich die sonnenwärme immer runterfahren es geht eher um die um die strahlen an sich und da muss ich sagen da wäre mein wunsch an luminar dass sie hier auch noch mal einen eigentlichen farbregler einbauen weil ich finde die wärme die ist sehr gelblich gewählt also das ist man sieht es hier ich finde es müsste mehr rot oder orange sein aber nicht so so trotz ich kann so ein bisschen das ganze färben und jetzt kommt die zufälligen werte das ist echt eine schöne sache da kann man einfach mal so ein bisschen spielen und manchmal findet man einen der einem besonders gefällt also das ist so ein bisschen wie russisch roulette spielen mit sonnenstrahlen so ein bisschen disco disco party party to party to party das gefällt mir relativ gut so gehen wir zum nächsten bild ich weiß horizont ist schräg können wir auch mal kurz korrigieren so jetzt ist es freigestellt gehen wir zurück auf die kreativen dinge und jetzt platziere ich hier die lichtquelle wirklich auch so also hier unten ist ja schon eine reflektion innen drin im wasser also das heißt ich muss auf dieser ebene bleiben und dann fahre ich langsam diese diese sonnenstrahlen hoch die wärme der eigentlichen lichtquelle geht weg so und jetzt vielleicht so länge der sonnenstrahlen und den gesamt dieser gesamteindruck der das ist immer so eine sache also da ich will eigentlich nicht dass man das ganze bild verändert nur weil ich jetzt gerade flares einfüge finde ich jetzt nicht so dolle ruhe ton aus so gehen wir aufs nächste bild new york ich packe ihn an die häuser ecke man sieht ja auch da kommt wirklich die sonne her eigentlich müsste die sonne hier stehen glaube ich also das nennt sich fluchten also ich gehe diese linie entlang und hier müsste die sonne stehen ich packe sie jetzt nach da wir sind ja vielleicht doch so ein bisschen weiter runter stellen hier und dann natürlich die sonnenwärme weg und so ein bisschen ein bisschen einfärben und ich denke man kann ruhig nochmal so ein bisschen mehr also es dürfen eigentlich dickere strahlen sein die ich möchte und die dürfen mehr nach rechts fliegen das mir zu einheitlich verteilt penetration oh schickes wort so also penetration beschreibt so wie aggressiv sind diese strahlen und wie stark geht die sonne auch drumherum ah das ist mir ein bisschen zu viel jetzt hier so ist besser wahrscheinlich auch ein bisschen schwächer so jetzt sieht das aber hier schon aus das geht bis hin zu dem punkt dass man natürlich alle lichtquellen mit diesem effekt ausstatten kann und ich finde ehrlich gesagt fast jedes bild gewinnt durch diese durch diese fehler des objektives auch hier weg hin es hat einfach also es passt halt also wenn ich jetzt irgend so eine so eine fünselige straßenlaterne fotografiere dann 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 flärt die halt auch wie sau übrigens immer schön im topic drin bleiben also hier jetzt ein japanischer garten das war glaube ich in in kyoto und sonnenzentrum platzieren wir hier natürlich dort wo die sonne her kam die hat aber nicht so richtig so die flares gemacht die ich wollte jetzt bringen wir die wärme hoch und jetzt gehen wir natürlich nochmal in die wesentlichen einstellungen und bringen auch den rest des gartens an diese sonnenuntergangsstimmung ran und voila fertig sind die ganzen bilder ja wir hätten noch das und das aber wir müssen jetzt ja nicht übertreiben dieses tool funktioniert wirklich sehr schön aber achtung es heißt nicht also es ist nochmal was anderes als dieses flare paket was wir jetzt anbieten über unseren store es geht hier wirklich hauptsächlich um die strahlen und diese strahlen die sind sehr mit vorsicht zu genießen wenn sie passen sehen sie mega cool aus aber sie lenken natürlich den betrachter unfassbar ab so ein bisschen milchiges also nur so ein matschig werden so ein richtiges flaring also nicht strahlen sondern flaren das ist nochmal was anderes aber ich finde innerhalb von kürzester zeit kann man da mit fünf klicks richtig tolle sachen machen viel spaß beim fotografieren würde ich jetzt gerne wünschen aber die meisten von uns dürfen wahrscheinlich weiterhin nicht wirklich raus deswegen viel spaß beim bild bearbeiten sei es jetzt mit photoshop lightroom oder eben mit luminar 4 und dann noch ganz wichtig am ende viel gesundheit für alle die zuschauen und auch alle verwandten freunde und bekannten von allen denjenigen die zuschauen also für alle hoffen wir das beste viel spaß drei acht vier 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 quäl we